Musik 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 Schwester Eron, sie wollen im Ball spielen, Power-Motion-Aktion, sie wollen gerne, 18 Jahre, heute ausgelost, Start Nummer 6. Und noch mal eure Runde, euer Applaus, bleiben Sie doch einen Moment stehen. Okay, Applaus für unsere Ladies, guckst nicht mehr, ganz schön. Dankeschön. Bitte einen Applaus, ich weiß, Sie haben jetzt schon noch drei Ladies vor sich, das Ziel wird wirklich, bis alle sich vorstellen dürfen. An die Start Nummer 6. Lesen, bringt mal. Ich bin überwältigt, ich kann es noch gar nicht im Butter fassen. Und wie war der Tag? Der Tag hat unglaublich Spaß gemacht und es hat auch echt was für sich, also man sollte sowas wahrscheinlich mal mitgemacht haben. Und, ähm, ja, ich würde gerne weiter in der Richtung bleiben. Und sehr frühst du mit Magdeburg. Ich bin Lucy, ich komme aus Strasbourg, bin 18 Jahre alt und mache gerade eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester und möchte danach auch Medizin studieren. Ja, genau. Und ich spiele meine Freizeit gern Volleyball und promote und mordle für eine Agentur aus Magdeburg. Und was fängt jetzt im nächsten Laufe zu? Das ist eine gute Frage, ich werde mich überraschen lassen. Im Februar die, das Germany-Wahlen, wie ich gewohnt habe. Genau. Dann, mal sehen. Ich lasse es auf mich zukommen. Okay, vielen Dank. Dann war es das. Okay, und eins, zwei und juhu! Jawohl, und nochmal. Eins, zwei, juhu! Ja, das läuft.